So, ihr Muschis, jetzt geht's los. Ja, ihr Muschis, egal. Alex, sieh zu, dass du verteidigst jetzt. Die kommen über B, äh A. Lumsch, ich hab dich vorhin einen Hedder gegeben. Alter, du hast mir einen Schuss gegeben. Ja, Alex, was ist denn das für ein perfektes Zielen? Ja, du siehst doch, da war schon, ja, das ist doch. Ah, von Rand, von Rundfunk. Von mich haben ihn die ganze Zeit nur hinterm geschossen. Ja, deswegen, ich soll es heute nicht spielen. So viel besser konnte ich dich nicht treffen, dann hätte ich mich anders hinstellen müssen, dann wäre ich nicht so schön in Deckung gewesen. Nee, ich war noch, ich war, hätte da noch die Bombe geblendet. Boah, weiter. Sag mal, wenn ich mich nicht mehr entscheiden, ich will nicht. Okay. Was sagt denn das für die Bombe, oder? Du kannst mir auf Aufruf spielen. Boah, Jonas, mute dich. Ja, nein, 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 nein. Ja, dann hätte ich mal vorhin, hätte ich mal vorhin weniger koksen müssen, hätte ich jetzt eine ruhigere Hand. Ich spiele mit so einer neuen Augenmaus. Alter, ich spiele schon mit. Ich spiele mit einer 9-Euro-Maus von Hama. Boah, Alter, jetzt geht es gar nicht. Alter, ich habe meine Maus selber hergestellt, ey. Hör mal, als ich im Knast war in Albanien. Sag mal, Alex, ich glaube, das ist gerade falsch, was wir hier tun. Okay, alles klar, gehen, ruhig. Ich kann mich feststellen, wo sie sind. Ja, super. Irgendwie jetzt gerade voll den Abfang gehabt. Oh, sie sind dann. Ich bin down. Schon lange. Okay, alles klar. Das war... Der Hump-Branate. Ja. Ja, aber dass ich so lange gebraucht habe. Und Seitenwechsel. Ja, jetzt. Jetzt gleich. Okay. Okay. Okay, so eigenmaßen. Naja. Geht wohl. Muss ich klarkommen. Wo bleibt die denn? Gehen wir es. Das war schon immer so. Die Bombe wurde platziert. Okay. Hä? Jetzt bereit machen für den Eben. Ich habe dich nicht gesehen. Wie... Ja. Der ist erledigt. Oh. Wie man am Anfang noch gehört hat, wie ich da die Bombe platziere soll. Ja, aber voll geil. Wie ich so an dir vorbeigelaufen bin. Ich dachte mir, ja, der Junge wird das schon reißen. Wie viele räumen. Wir haben die Bombe. Düdü. Der Schütter uns Granate geworfen. Der Schütter uns Granate geworfen. Der Schütter uns Granate geworfen. Keine ist oben. Gewesen gerade. Seifahren. War Ratwobisch. Ich bin der Letzte. Oh, ja, jetzt geht die... Oh, ist das gut. Oh. Aber trotzdem ist... Allerdings die... Hä? Wo ist die Bombe? Warte, wie viel Schluckst du denn bitte? Ähm... Ganz viel. Jetzt komm ich überhaupt mit. Jetzt bin ich zu langsam. Ey, das gibt's doch nicht. Ja, gerade noch so gut. Warte, guckst du dir an, guckst du dir an. Ich dachte mir so... Was macht der hier? Ey, jetzt bin ich zu langsam gewesen gerade, ey. Egal wie man's macht, ey. Macht man's immer falsch, ey. Suchen und zerstören. Ja, jetzt bin ich voll da. Jetzt muss auch keiner mehr bei mir drucken oder sonst was machen. Du hast Lecks, wenn jemand da im Haus drucken muss? Nein, aber der Drucker steht in meinem Zimmer. Achso. Das heißt, es dauert mir jetzt nicht hier in Sitzfeld und ich wollte hier. Boah, Alter. Boah, nee, ey. Das gibt's gar nicht, ey. Wie behindert ist das einfach, ey? Ist, äh... Standard. Aber... 5. Na, ist ja geil. Du behältst ja die... Du behältst ja die... Den Todbringer. Alter, ey. Achtung. Das gibt's nicht, ey. Boah, ich hab gerade gelesen, dass sein Name Schnitzel wäre. Jetzt hab ich Bock auf Schnitzel. Boah, Alter, das gibt's nicht, ey. Früher hatte ich nie Probleme, bis ich diese scheiß Maus habe. Gab da, was... Ja, warum hast du nicht eine neue gekauft? Wie gesagt, ich bin mit einer 6 Euro Maus. Ne, 9 Euro. Ne, 9 Euro. Regulär, eh, das ist schon neu gekauft. Du, ähm, du, ähm, du, ähm, du bist neu gekauft. Du bist neu gekauft, das ist das, ja. Ich bin, wie gesagt, mit einer 9 Euro Maus. Dann verkauf sie dir wieder. Was ist ein Todbringer? Ja. Diese, diese Mega-Waffe. Es ist mir ne behinderte Waffe. Ach, die Waffe ist das. Doch, ich muss nächstes Mal meine andere Maus wieder anbringen. Wo ich besser mit klargekommen bin. Das wär ne Idee, ja. Ja. Die Frage ist, warum änderst du was in einem, äh, Never-Change-Running-System? Ja, ich konnte damit auch gut klarkommen mit der Maus. Ich konnte richtig gut damit zocken, bis... Wie konnte man auswählen, welche man haben will? Ups, das ist eine Granate. Ja, auf 1 und 2. Ja. Bei mir zumindest weiß ich nicht, wie das bei dir ist. Bei mir ist was anderes, bei mir ist die Maus dafür zuständig. Alter, hab ich dich noch angehendet. Ach, da ist ja mehr so ein Glückstreffer, ne? Ja, genau. Warte mal, ich steck mal mal die Maus. Aber... Du warst doch oben? Alter HGB. Ohne Witz mute dich. Bommel liegt, Bommel liegt bei denen im Gebäude, oder? Ach, hätte ich da den Wächter hinsetzen sollen. Gut, jetzt bereits machen für die nächste Runde. Halbobüs. Auch nein? Wattenskill, ey. Ich sag das dir. So, komm, jetzt machen wir das hier. Suchen und zerstören. Rein zu kommen. Die Ziele räumen. Ladungen erlangt. Todbringer läuft, Wallen. Das wäre fast daneben gegangen. Hä, hab ich dich nicht getroffen? Nein. Das ist komisch. Moment, rechts und rechts daneben vorbeigeflogen. Triffter, triffter, triffter. Moment, kann ich jetzt gerade nicht fressen. Das war zweifellos gute Arbeit. Boah, troll, alter. Richtig ein rausgehauen hier. Schönen THB. Der hilft, es heilt die göttliche Kraft. bis zum��.